3er-Jogendfrau, habe ich mir gerade anders überlegt. Okay. Habt ihr schon gesehen, dass man da von einem Betrunkenen, der dort liegt, der ist hinter die Bühne gefallen. Da sieht man da die Beine. Habt ihr das schon gesehen? Oh Gott. Die solltet ihr von der Rettung abholen lassen. Ja, die Rettung ist schon alarmiert. Die kommt bald und folgt dem... Ich sehe nur zwei Beine und einen Bauch. Ja, wir sehen es eh. Das Buch ist super cool. Da, schau mal. Diese Beine müssen bald abgeholt werden. Das Buch fällt immer runter. Das ist so klitschig. Kauft euch lieber die raue Version von dem Buch. Die kann man besser halten und die kostet zwölf Euro. Okay. Aber dafür kriegen wir nur dann zwei, zehn. Aber Flocki, Sträuche, Schnocke, oder wie auch im... Strocki, das letzte Mal war das super cool. Da hat uns der Waschbär gezeigt, wie man richtig wegen Corona Hände wascht. Und so. Ah, das war, ich bin Schowspieler. Ja, das hat er nur eingelernt gehabt. Ach so. Also du weißt das gar nicht mehr mehr, wie das richtig geht. Oh ja, er kennt das Händewaschen aus erster Hand. Ah, 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 ah. Weil eine Hand löscht nämlich die andere. Das war ein super Witz, gell? Ah, ah, ah. Ich bin der Waschbär, ich wasche. Mhm. Der wascht immer. Der wascht auch Wäsche. Da habe ich das Krokodil mitgebracht. Das streichelt Krokodil und das beißt gar nicht. Strocki, aber du bist nicht sehr lustig heute. Was? Warum? Na, weiß nicht. Es tut mir leid, aber ich fühle mich so ferngesteuert. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen krank. So, als ob mir andere Leute irgendjemand einsagen würde, was ich sagen soll. Aha, ok. Ich glaube, ich habe irgendeine psychiatrische Störung oder so. Irgendwas psychiatrisch behandelt werden muss. Na, dann red mal mit deinem Psychiater, dem Waschbären. Ah, der Waschbär? Waschbär, wo bist du? Ich sehe auch gar nicht so gut. Warte. Ich fühle mich nicht so gut. Ich habe heute keine Witze auf Lager. Schlafen? Ja, ok. Schlafen. Ist der Kasperl eigentlich nicht da? Ich bin da. Ja, hallo Waschbär, aber dein Freund, der Kasperl, ist der nicht da? Der Freund, der Kasperl, der ist auf Urlaub. Was? Ich glaube, der ist Skifahren. Skifahren? Ja. Mach der. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß es selber nicht. Oder ist er weggeflogen? Oh, Obst. Lecker. Obst. 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 Obst, ja. Verbrenne dich nicht am Ofen. Der ist nicht eingeschalten. Der ist nicht eingeschalten. Das ist aber ein Holzofen. Vielleicht solltest du mal Holz nachlegen. Bitte schön gleich essen. Danke schön. Sag mal, kann es sein, dass dein betrunkener Freund hinten eingeschlafen ist? Der ist betrunken. Nur die Bayern da unten sind betrunken. Achso. Na gut. Na, ich komme morgen wieder. Vielleicht habt ihr dann mehr Witze auf Lager. Ah, ich habe einen. Warte mal. Nein. Hm. Welche Witze kennst du? Ich tue mal den machen. Aha. Ok. Ein Waschbär geht um die Ecke. Was ist weg? Der Witz. Was fehlt? Ah, der Witz. Hm, lass mich mal überliegen. Kuchenpackel. Ok. Wo gibt es? Man wascht Geschirr. Aber wo ist der Witz? Es gibt keinen Witz. Aha. Na gut. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüß. 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 Und lass dich an der Kasse das Geld zurückgeben, weil es war nicht so lustig. Und da hinten. Und da hinten. Und da hinten.